Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Ausblick auf das Jahr 2024 begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest und sind gut und frohen Mutes ins neue Jahr gestartet. Wie Sie sehen, starten wir das neue Jahr in einem neuen Setting. Ja, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen. Was im neuen Setting aber gleich geblieben ist, ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen über einen persönlichen Chat. Nutzen Sie hierfür den roten Button am unteren Bildschirmrand. Als ich mich auf den heutigen Kapitalmarktausblick vorbereitet habe, habe ich zunächst noch einmal das letzte Jahr Revue passieren lassen. Hätte ich eine Überschrift gesucht, hätte ich wohl folgende gewählt. Ein Ja mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite der nicht enden wollende Krieg in der Ukraine, ernstzunehmende globale Konjunktursorgen, vergleichsweise hohe Inflation und zunehmende Herausforderungen am Immobilienmarkt. Auf der anderen Seite das Thema Künstliche Intelligenz, verbunden mit der Vision von großen möglichen Produktivitätssteigerungen und sehr viel greifbarer neue Höchststände an vielen Börsen. Der DAX mit einem neuen historischen Höchststand, der Nikkei in Japan auch mit einem Höchststand und dann auch der amerikanische Dow Jones, der einen neuen Höchststand erreichte. Die großen Fragen für 2024 lauten jetzt, wie geht es weiter, haben die Kapitalmärkte im Jahr 2023 übertrieben und waren zu optimistisch oder setzt sich der positive Trend weiter fort und die Kapitalmärkte profitieren von einem sich verbessernden Umfeld? Hiermit wollen wir uns im Folgenden etwas näher auseinandersetzen. Markus, beginnen wir vielleicht mit dem Thema Konjunktur. Wie sind hier die Erwartungen, was das Jahr 2024 betrifft? Ja, im Marktkonsens, im Durchschnitt sind die Wachstumserwartungen für 2024, was das Bruttoinlandsprodukt Wachstum betrifft, nach wie vor verhalten. Also hier herrscht keine Euphorie. Für die Eurozone wird ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. Es liegt ungefähr dort, wo die Erwartungen für 2023 auch liegen. Wir haben ja noch nicht die finalen Zahlen für die einzelnen Regionen. Überraschenderweise wird für Deutschland und Österreich ein zartes Wachstum im laufenden Jahr 2024 erwartet. Das waren ja die Sorgenkinder im vergangenen Jahr mit minus 0,2 Prozent Deutschland und voraussichtlich minus 0,4 Prozent Österreich. Beide sollen im heurigen Jahr wachsen. Da kann man durchaus vielleicht das eine oder andere Fragezeichen dahinter stecken. Deutlich langsamer sollte im kommenden Jahr die USA wachsen. Nach 2,4 Prozent im 2023er Jahr erwartet man jetzt am Markt 1,3 Prozent. Das ist aber nicht verwunderlich, weil das die letzten Quartale in den USA überraschend positiv gewesen sind. Die frühere Wachstumslokomotive China mit historisch immer über 5 Prozent Wachstum sollte auch hier etwas schwächer sein. Mit 4,5 Prozent liegt aber nach wie vor deutlich über den westlichen Industrieländern. Also verhaltene Wachstumsprognosen für das kommende Jahr 2024. Keine Euphorie, aber auch kein Horrorszenario, wenn man das so zusammenfassen möchte. Ja, und ich glaube, dieses verhaltene Wachstum, das wir spüren sehr stark in den Gesprächen mit unseren Kunden, aber auch andere Indikatoren, Konjunkturindikatoren sind jetzt nicht sehr optimistisch, zumindest was Europa anbelangt. Wenn wir uns beispielsweise die Einkaufsmanager-Indizes anschauen, die Einkaufsmanager-Indizes messen ja, wie läuft das Geschäft im Vergleich zum Vormonat, dann ist es so, dass sie nicht sehr positiv aussehen. Ein Einkaufsmanager-Indizes von unter 50 bedeutet, dass das Geschäft zurückgeht. Ein Einkaufsmanager von über 50 heißt, das Geschäft wächst. Und wir sind ja im roten Bereich, also sowohl für die Industrie- als auch für den Dienstleistungsbereich sind die Einkaufsmanager nach wie vor unter 50. Also eher ein zurückgehendes Geschäft. Und auch der IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland ist jetzt nicht besonders optimistisch. Beim IFO-Geschäftsklima-Index werden die Unternehmen ja immer gefragt, wie schätzen sie ihre aktuelle Lage ein und wie sehen sie die nächsten sechs Monate. Und wenn man beide Indikatoren hier anschaut, zeigt sich kein sehr, sehr positives Bild, sondern eher ein sehr verhaltenes Bild, was das anbelangt. Vielleicht werfen wir einen Blick gleich über den großen Teig, was so die Stimmungsindikatoren auch betrifft. Aber auch hier zeigt sich, dass die US-Unternehmen eher zurückhaltend sind. Die Einkaufsmanager Indizes sind, was die Industrie betrifft, das muss man in den USA unterscheiden, im negativen Bereich, also unter 50, währenddessen der Dienstleistungssektor noch knapp über der 50er Marke ist. Also durchaus positiver Geschäftsverlauf. Das Positive, was man vielleicht heranziehen kann im Industriesektor, und ich glaube, das trifft auch in Europa zu, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, was die Erwartungen betrifft, nach vorne hin, wie wir das schon im Sommer gesehen haben. Also es ist kein Absturz sozusagen ersichtlich von den Einkaufsmanager Indizes her. Vielleicht auch interessant ist der PhiliFat Index, den wir uns auch sehr gerne anschauen. Es ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Frühindikator für die USA, auch wiederum basierend auf Umfragen bei den Unternehmen, so zu Themen Auftrags- und Absatzzahlen, Lagerbestände etc. Der ist wieder im negativen Bereich, nachdem er sich einmal sehr stark erholt hat im vergangenen Jahr 2023. Aber positiv betrachtet, er ist nicht weiter abgerutscht. Also dieses Thema Wachstumsverlangsamung kann man durchaus auch hier über diese Frühindikatoren ablesen. Aber insgesamt kein jetzt allzu rosiges Bild, das sich auf der konjunkturellen Seite ergibt. Worauf die Kapitalmärkte aktuell besonders stark schauen, ist nach wie vor das Thema Inflation. Das ist sicherlich das Thema, das die Märkte aktuell am stärksten bewegt. Und wenn wir uns hier die Entwicklung anschauen, ist es so, dass die Inflation sicherlich zurückkommt. In Europa ist die Inflation jüngst, wir hatten einen neuen Tiefststand in Anführungsstrichen mit 2,4 Prozent. Wir hatten jetzt wieder einen leichten Anstieg, wobei das eher Basiseffekte zugrunde liegen hat. Und stehen aktuell bei einem Inflationsniveau von 2,9 Prozent. Die Kerninflation, also die Inflation ohne Energiepreise und ohne Nahrungsmittel, liegt bei 3,4 Prozent. Und das ist das Positive in Europa, die ist zumindest am sinken. Auch wenn wir natürlich noch nach wie vor weit vom Inflationsziel von 2 Prozent entfernt sind. Was die amerikanische Inflation betrifft, da sind wir auf einem etwas höheren Niveau noch. Die Gesamtinflation bei 3,1 Prozent, die Kerninflation sogar noch bei 4 Prozent. Also auch da ist der Weg noch wirklich weit, bis man sich dem Inflationsziel von 2 Prozent tatsächlich nähert. Ja, wenn wir vielleicht einen Blick dann weitergehen in Europa an sich. Dann ist ja in diesem Zyklus an und für sich zu beobachten, dass wir in Europa eine sehr heterogene Inflationsentwicklung haben. Also in der Eurozone lassen wir. Das ist ja das Thema für die EZB und da hat die EZB nach wie vor ein Dilemma. Wir sprechen über Inflationszahlen, die eigentlich schon deflationär sind von minus 0,8 Prozent in Belgien bis hin zu 5,5 in Kroatien. Deutschland mit 2,3, 4,9 in Österreich. Also alles noch über den EZB-Zielen. Und die letzten Zahlen, die jetzt vor zwei Handelstagen veröffentlicht worden sind, zeigen einen erwarteten Anstieg von 3,8 im Dezember in Deutschland, was die Inflation betrifft. Und in Österreich auf 5,6 Prozent im Dezember. Das war auch vom Markt so erwartet. Das sind gewisse Sonder- und Basiseffekte, die hier zum Tragen kommen. Das heißt aber auch nach vorne hin, dass die Inflationszahlen auf Länderebene relativ volatil bleiben werden in den nächsten Wochen und Monaten. So wie wir die aktuelle Situation auch sehen werden. Also auch die Jännerzahlen werden aufgrund von Sondereffekten, wie zum Beispiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gastro-Bereich in der Bundesrepublik, noch einmal unter Umständen dazu führen, dass die Zahlen, die veröffentlicht werden, höher sind. Die Headline-Numbers, die Kernrate sollte sich weiterhin zurückentwickeln. Ja, was Österreich betrifft und das ist schon ein großes Thema für uns, muss man auch aktuell sagen. Wir haben nach wie vor eine so hohe Inflation und wir haben uns die Frage gestellt, woran liegt das? Und haben uns etwas angeschaut, was sind die Komponenten, aus denen sich die Inflation zusammensetzt. Wir haben hier sicherlich einen großen Faktor und das sind die Kraftstoffe, die erstmal entlastend gewirkt haben. Man muss allerdings dazu sagen, das sind Zahlen per November letzten Jahres. Aktuell haben wir die neu eingeführte CO2-Abgabe, die ist etwas, die eher inflationsfördernd wirken wird, weil die Treibstoffpreise einfach auch gestiegen sind. Wir haben aber andere Faktoren und auf die ist im Wesentlichen auch diese hohe Inflation zurückzuführen. Das sind Restaurants und Hotels, die über 10 Prozent sich verteuert haben im Jahresvergleich. Der Freizeit- und Kulturbereich mit plus 8 Prozent oder auch der Nahrungsmittelbereich plus 7 Prozent. Dass die Hotels und Restaurants hier Spitzenreiter sind, liegt sicherlich auch daran, dass alle Inflationsfaktoren, die momentan negativ sind, hier zum Tragen kommen. Wir haben auf der einen Seite hohe Personalkosten, die stark wachsen. Wir haben hohe Mietkosten und hohe Nahrungsmittelpreise, die sich hier niederschlagen. Und was man nicht vergessen darf, die Nachfrage ist ja trotzdem da. Also deswegen die Preise können auch entsprechend dann umgesetzt werden. Ja, was sind eigentlich die Ursachen für diese Inflationsphase? Wir kennen ja das kaum noch in den letzten 15, 20 Jahren, dass man über solche Inflationszahlen jetzt schon doch über einen längeren Zeitraum diskutieren muss, beziehungsweise diese auch berücksichtigen muss. Also wir haben da mehrere Ursachen dafür ausgemacht. Das eine ist die Geldschwemme der Zentralbanken, die lange Zeit nicht inflationär gewirkt hat nach der Finanzkrise, aber dazu geführt hat, dass die Immobilienpreise und die Assetpreise stärker gestiegen sind. Also Geldschwemme der Zentralbanken heißt, dass die Zentralbanken Anleihenaktien zum Teil in Japan auch gekauft haben und so den Markt Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Wir hatten das Thema mit den Lieferkettenproblemen während der Pandemie, dann verstärkt noch einmal mit dem Ukraine-Krieg. Wir haben sehr, sehr feste Arbeitsmärkte. Das sind strukturelle Themen, auch die nach wie vor auch auf die Inflation drücken. Und wir haben strukturelle Inflation, Demografie, was sich wiederum in den Arbeitsmarkt widerspiegelt. Die Deglobalisierung hilft nicht unbedingt in der Bekämpfung der Inflation. Und wir haben das Thema der Dekarbonisierung, da ist das Thema CO2-Abgabe bereits erwähnt. Wenn wir uns jetzt Punkte 1 und 2 anschauen, da haben wir bei der Geldschwemme der Zentralbanken mal auf grün geschaltet. Die Zentralbanken reduzieren ihre Bilanzen, entziehen somit dem Markt Geld. Lieferkettenprobleme hätte ich jetzt vor zwei, drei Wochen noch gesagt. Auch hier könnten wir auf grün gehen. Wir sind hier noch eher etwas vorsichtiger aufgrund der Entwicklungen im Roten Meer, im Persischen Golf. Und auch im Panama-Kanal gibt es gewisse Staus. Aber grundsätzlich gehen diese beiden Faktoren jetzt als Inflationstreiber verloren sozusagen. Aktueller Stand der Dinge. Allerdings die festen Arbeitsmärkte und die strukturelle Inflation, die wird uns offensichtlich noch länger beschäftigen. Die Arbeitsmärkte sind nach wie vor angespannt, nicht mehr so explosiv, wie wir es schon gehabt haben. Aber eine Entspannung ist hier noch nicht ersichtlich. Unter Umständen nur im Falle einer Rezession, dass man von dieser Seite her weniger Druck auf die Inflation hat. Aber Punkt 3 und 4 wird uns nach wie vor auch im heurigen Jahr stärker beschäftigen. Wir haben auch nochmal einen genaueren Blick auf die Arbeitsmärkte geworfen. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon gemacht und uns die Entwicklung der Stundenlöhne angeschaut. Was hier sicherlich sehr interessant ist, ist, dass in den letzten zehn Jahren die Stundenlöhne in Amerika sehr viel stärker gestiegen sind als in Europa. Wir sehen aber auch in Europa jetzt jüngst wirklich stark ansteigende Stundenlöhne plus 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wobei man auch hier sagen muss, diese Kurve wird noch weiter nach oben gehen. Weil wenn wir uns die letzten Lohnabschlüsse anschauen, dann liegen wir weit über diesen 4,7 Prozent. Also das heißt von Seiten der Löhne wird noch sehr viel Druck auf die Inflation kommen. Und vieles ist einfach auch heute in den Preisen noch gar nicht abgebildet, was schon an Lohnabschlüssen in der Vergangenheit jetzt stattgefunden hat. Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit auch gesprochen. Wie sind jetzt die Inflationsprognosen im Konsens der Marktteilnehmer für 2024 für die für uns wichtigen Regionen? Wir wissen, China ist Inflation kein Thema, da hat auch die Notenbank keinen Druck, hier die Zinsen zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, die agieren weiterhin eher expansiv. Eines ist zu beobachten, die Inflation geht in die richtige Richtung. Sie ist rückläufig, so wird es zumindest erwartet für 2024. Aber wir sind sowohl in der Eurozone als auch in unseren Kernländern Deutschland, Österreich noch deutlich über den Zielen der EZB und auch die USA wird erwartet für 2024, dass sie im Durchschnitt über dem Ziel der US-FED liegen wird. Das wird die große Herausforderung sein. Man sagt ja auch, bei der Inflationsbekämpfung ist die letzte Meile die schwierigste. Und in dieser Meile, denke ich, befinden wir uns auch aktuell. Ja, man sieht es jetzt auch sehr stark bei den Notenbanken. Wenn man sich da anschaut, wo die Leitzinsen aktuell stehen, muss man sagen, die Notenbanken sind noch ganz klar im Inflationsbekämpfungsmodus. Wir haben in Amerika einen Leitzins von 5,25 bis 5,5 Prozent. Wir haben jetzt seit Juli, also ein halbes Jahr, in etwa schon keine Zinserhöhung mehr gesehen. Aber die große Frage ist, wann werden die Zinsen gesenkt? Und das müssen wir, glaube ich, nochmal genauer anschauen. Die EZB aktuell noch mit einem Leitzins von 4,5 Prozent. Hier wurden im September letzten Jahres die Zinsen letztmalig erhöht. Und auch hier ist die Frage, wann wird es hier zu Zinssenkungen kommen? Ja, wenn wir einen Blick auf die Markterwartungen zur Zinsentwicklung der EZB werfen, so ist sehr schön ersichtlich, im Jahr 2024 sollte uns die EZB mit rund 160 Basispunkten an Zinssenkungen beglücken. Also auf rund 2,8 Prozent, was den Hauptrefinanzierungssatz betrifft. Das würde passen zu den rund 2,5 Prozent Inflationserwartungen. Die Frage ist allerdings, wann beginnt die EZB mit den Zinssenkungen? Da variieren die Erwartungen sehr, sehr stark. Momentan liegt die Erwartung bei 40 Prozent, dass sie bereits im März mit dem ersten Schritt beginnen. Allerdings ist diese Zahl sehr, sehr volatil. Vor ein paar Wochen waren wir hier noch bei 60 Prozent. Das ist mal wieder auf 40 Prozent aufgrund der letzten Inflationszahlen zurückgekommen. Das wird das Thema sein, wann beginnt die EZB mit der Senkung, beziehungsweise wie stark werden die einzelnen Schritte auch nach vorne hin sein? Ja, was die FED betrifft, ist es so, rechnen wir damit, dass wir im nächsten Jahr sechs Zinsschritte sehen werden. Das ist dasselbe, was wir auch in Europa rechnen, also Leitzins minus 1,5 Prozent. Für Amerika wäre das dann ein Leitzins von 3,89 am Jahresende. Das ist ein Leitzins, der schon deutlich niedriger ist, aber wir sind immer noch bei fast 4 Prozent Zinsen. Das ist schon auch immer noch ein hohes Niveau. Und was interessant ist, das sind die sogenannten FED-Dot-Plots. Das sind die Erwartungen der wirklich stimmberechtigten Mitglieder der Notenbank. Und die liegen im Mittelwert bei 4,62 Prozent. Das heißt, die Notenbanker selber gehen eigentlich nur von drei Zinssenkungen, von drei Zinsschritten im nächsten Jahr aus. Und die große Frage ist, wer hat Recht? Wer wird sich hier durchsetzen? Weiß der Markt ist besser als die Notenbanker oder nicht? Und hier ist auch sicherlich ein großes Rückschlagspotenzial für die Kapitalmärkte gegeben, weil die Kapitalmärkte von sechs Zinsschritten eher ausgehen und nicht eben den dreien, die die Notenbanker prognostizieren. Was das Jahr 2025 vielleicht noch anbelangt, da rechnet man auch weiter mit zurückgehenden Zinsen. Hier rechnet man mit drei Zinsschritten, also nochmal Leitzins minus 0,75 Prozent. Aber was interessant ist, auch Ende 2025 hätten wir in Amerika noch ein Zinsniveau von drei Prozent, was auch noch wirklich substanziell ist im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ja, vielleicht werfen wir einen Blick auf die Kapitalmärkte. Die laufen ja vor. Die rechnen, wie wir hier sehen können, doch mit einem deutlichen Zinsrückgang. Also das widerspiegelt auch die Entwicklung der zehnjährigen US Treasuries und der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen, die vom Höchst von fünf beziehungsweise drei Prozent jetzt doch substanziell gefallen sind auf knappe vier Prozent und zwei Prozent. Also hier sind schon einige Erwartungen am Anleihenmarkt eingepreist. Also Enttäuschungen darf es hier von Seiten der Inflation oder der Notenbanken nicht mehr geben. Also es scheint schon einiges vorweggenommen zu sein. Und so wie du gesagt hast, es stellt sich die Frage, wer hat Recht, der Markt oder die Notenbänker? Ich möchte mich hier gar nicht so positionieren. Die Wahrheit wird vermutlich irgendwo in der Mitte auch liegen. Was heißt das jetzt für die Anleihen? Es gibt nach wie vor aktuelle Renditen, die nicht uninteressant sind. 2,5 Prozent im mittleren Laufzeitenbereich bei den europäischen Staatsanleihen. Das heißt, wenn die Inflation wirklich so weit zurückkommt, dass man auch hier wieder einen vernünftigen, Realzins erwirtschaften kann. Unternehmensanleihen liegen im Investmentgrade-Bereich leichter rüber. Und die risikobehafteten Anleihenmärkte wie High Yields und Emerging Markets Anleihen noch an den sieben Prozent Renditen. Allerdings sind auch hier keine Rezessionsrisiken unserer Meinung nach eingepreist. Also sollte man vielleicht doch auch ein Auge darauf werfen. Ja, die Anleihenmärkte waren freundlich letztes Jahr. Noch freundlicher waren die Aktienmärkte. Wir hatten in den USA eine Aktienmarkt-Performance von 19,7 Prozent. Das war aber ein erstaunliches Aktienjahr wirklich. Wobei, da muss man etwas genauer hinschauen noch einmal auf dieses Thema. Wir hatten in Europa eine Aktienmarktentwicklung von 11,8 Prozent. Wer negativ aufgefallen ist, das ist China. Und zwar wirklich deutlich negativ. Minus 11,9 Prozent im letzten Jahr. Was stark darauf zurückzuführen ist, dass die Kauflust der Chinesen doch deutlich zurückgegangen ist. Und auch am Immobilienmarkt wirklich substanzielle Probleme bestehen. Japan hingegen wieder gar nicht so weit weg. Extrem positive Aktienmarktentwicklung. Und auch hier ist ein Sondereffekt sicherlich zum Tragen gekommen. Das Zinsniveau ist in Japan nach wie vor ausgesprochen niedrig. Und davon profitiert letztendlich die Konjunktur und die Unternehmen. Ja, vielleicht wenn wir uns im Detail die Kapitalmärkte ansehen in Europa. Was waren die Gewinner und was waren vor allem die Verlierer im abgelaufenen Jahr. Herauszustreichen ist bei den Gewinnern Technologie, Einzelhandel und auch Finanzdienstleister, die von den höheren Zinsen natürlich auch profitiert haben. Und auf der Verliererseite Öl, Gas aufgrund der Ölpreisentwicklung im vergangenen Jahr, Lebensmittel, Getränke und Rohstoff unternehmen. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Das waren genau die Sektoren, die sich in 2022 sehr, sehr stabil entwickelt haben. Also hier hat es ein sogenanntes Minu-Reverting gegeben. Das, was letztes Jahr gut gelaufen ist, ist heuer schlecht gelaufen und vice versa. Ja und genauso, wo man glaube ich auch nochmal näher hinschauen sollte. Ich hatte es gerade schon gesagt, das ist der amerikanische Aktienmarkt. Wir hatten im S&P 500 eine Wertentwicklung von plus 24 Prozent, was wirklich erstaunlich ist. Was interessant ist, dass von dieser Wertentwicklung fünf Unternehmen, also von S&P 500 sind ja 500 Unternehmen, die dort abgebildet werden. Fünf Unternehmen haben die Hälfte der Wertentwicklung ausgemacht und sogar etwas mehr davon. Also eine Microsoft, eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet, also der Google-Mutterkonzern oder auch eine Nvidia. Also alles große Technologieunternehmen. Und hier ist das Thema künstliche Intelligenz und dessen, was man den Unternehmen zutraut, den großen Unternehmen zutraut, dass diese Unternehmen besonders positiv sich entwickelt haben. Sehr deutlich. Und auf der anderen Seite haben wir die restlichen 495 Unternehmen, die die andere Hälfte der Wertentwicklung ausgemacht haben. Man muss aber eins sagen, die letzten zwei bis drei Monate im abgelaufenen Jahr sind insbesondere diese 495 Unternehmen sehr viel besser gelaufen als die Technologieunternehmen. Und die große Frage für 2024 wird sein, wie entwickelt sich der Aktienmarkt hier und was sind die Faktoren davon? Ja, wir gehen davon aus, dass diese exorbitante Outperformance dieser fantastischen fünf oder sieben Unternehmen, wie man es auch nennen möchte, nicht in diesem Ausmaß weitergehen wird, sondern dass mehr Breite wieder in den Markt hineinkommen sollte. Hier vielleicht einmal ganz kurz dargestellte Gewinnerwartungen für 2024 sowohl für Europa als auch in den USA. Und hier ist sehr schön erkennbar zu dem Thema weiterhin moderates Wachstum, dass auch die Gewinnentwicklung in den USA für 2024 jetzt wieder etwas optimistischer geworden ist. Mit einem Plus von 6,6 Prozent. Da sprechen wir jetzt wieder über die gesamte Bandbreite der 500 Unternehmen. Auch in Europa wird mit einem Gewinnwachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Allerdings zeigt hier der Trend nach wie vor eher auf Vorsicht, eher nach unten. Auch das passt zum konjunkturellen Bild, das wir in Europa auch sehen. Aber doch wieder positive Gewinnerwartungen oder Wachstumserwartungen an die Unternehmen im gesamten Aggregat. Und dies widerspiegelt durchaus auch eine Umfrage eines großen amerikanischen Hauses zu einzelnen Fondsmanagern. Also Global Fund Manager Survey, der zeigt einen relativ großen Optimismus für das laufende Jahr oder das neue Jahr 2024. Vielleicht hier einige Kernaussagen dargestellt. Die Stimmung ist so gut wie ich seit Jänner 2022 nicht mehr. Gut, das sind jetzt nur zwei Jahre zurück. 70 Prozent der Befragten erwarten ein Soft Landing, also eine weiche Landung der Konjunktur, moderates Wachstum. Oder sogar ein No Landing, also dass es gar nicht zu einer Wachstumsverlangsamung kommt. Da bin ich ein bisschen skeptischer. Anfang 2023 war das Konjunkturthema hohe Wahrscheinlichkeit Rezession in der zweiten Jahreshälfte in den USA. Und wir haben genau das Gegenteil gesehen, nämlich eine Wachstumsbeschleunigung in den USA. Also da kann man durchaus ein Fragezeichen dahinter setzen. Es gibt großen Optimismus bei den Unternehmensgewinnen, wie wir gesehen haben. Die Cash-Levels sind relativ niedrig in diesem Zyklus. Höchste Übergewichtung in Anleihen. Also hier ist man wieder positiver geworden. Das sollte aber nicht überraschen. Es gibt ja auch wieder Zinsen am Anleihenmarkt. Und man geht davon aus, dass Anleihen- und Technologieunternehmen die größten Gewinner sein werden. Diese Umfragen muss man immer mit etwas Vorsicht genießen. Denn alles, was in der aktuellen Positionierung meiner Meinung nach drinnen ist, das ist auch in den Kursen bereits enthalten. Ja, also das ist wirklich ein äußerst optimistisches Bild, das man hier sieht. Und wenn etwas so optimistisch ist, muss man schon immer auch ein gewisses Fragezeichen dahinter setzen, ist dann nicht sogar zu viel Optimismus vielleicht schon eingepreist. Das heißt, wir werden sehen, aber es ist so, dass gerade dieses Bild der Kapitalmarktteilnehmer ein komplett anderes ist, als wenn man sich jetzt die europäische Konjunktur beispielsweise anschaut. Also global gesehen ist die Welt doch deutlich rosa aktuell. Schauen wir vielleicht auch noch mal kurz auf den Dollar. Der Dollar ist an sich relativ unspektakulär gewesen im letzten Jahr. Der schwankte immer so zwischen 1,5 und 1,12. In den letzten Monaten des vergangenen Jahres hat er ein wenig verloren. Das heißt, der Euro ist etwas stärker geworden gegenüber dem Dollar. Währungsprognosen sind immer schwierig. Aber ich glaube, die Gretchenfrage in diesem Zusammenhang ist, ist eine Region, also Amerika oder Europa, schneller oder langsamer bei den Zinssenkungen, als der Markt aktuell erwartet? Und das ist etwas, was aus unserer Sicht sehr viel Einfluss auf die Entwicklung des Dollars im nächsten Jahr haben kann. Vielleicht noch ein Thema, das ansteht. Im November sind die US-Wahlen. Oh ja. Und Herr Trump steht ja auch schon wieder vor der Tür. Wird wahrscheinlich kurzfristig zu Schwankungen führen. Mittelfristig sollte es aber keine Auswirkungen haben. Ja, und das passt eigentlich auch schon gut zum nächsten Thema, weil das nächste Thema ist ein kurzer Blick auf das Gold. Da geht es ja auch immer um Unsicherheiten. Und da ist Trump sicherlich ein Faktor, was das Ganze betrifft. Gold hat sich letztes Jahr ausgesprochen erfreulich entwickelt und auch in einer gewissen Art und Weise auch etwas überraschend, muss man sagen. Weil eigentlich, wenn das Zinsenniveau relativ hoch ist, dann ist es kein gutes Umfeld für Gold, das ja keine Zinsen abwirft. Aber wir hatten Ende letzten Jahres das All-Time-High mit 2.063 Dollar je Feinunze. Wir haben letztes Jahr in US-Dollar eine Wertentwicklung von plus 13 Prozent gehabt, in Euro gemessen von plus 10 Prozent. Das war überraschend in Anbetracht der wirklich hohen Zinsen. Und die Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit dem Gold? Und da spielt sicherlich eine große Rolle, wie viel Unsicherheitsherde gibt es global. Weil Unsicherheit ist grundsätzlich etwas, was dem Goldpreis zuträglich ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich, wie stark sinken die Zinsen. Also auch das wird den Goldpreis befeuern. Aber auch hier ist das größte Risiko eigentlich zu sehen. Wenn die Zinssenkungen nicht so stark kommen, wie der Markt das erwartet, kann das auch durchaus negative Auswirkungen auf den Goldpreis haben. Kommen wir vielleicht zum Schluss und zu eigentlich noch einmal den ganz wesentlichen Fragen. Wie positionieren wir uns im Asset Management? Wie sehen wir das Jahr 2024? Was sind die Chancen und die Risiken? Und was würden wir unseren Anlegern und Anlegerinnen raten? Unsere Szenarien für das kommende Jahr 2024 hängt natürlich an der ganz großen Frage, wann und wie stark bremsen die erfolgten Zinserhöhungen die Konjunktur. Im positiven Szenario sehen wir dieses Soft Landing. Das muss man dann offensichtlich 70 Prozent der Marktteilnehmer sehen. Die Inflation sinkt unter Umständen in einem positiven Szenario schneller, als es momentan erwartet wird. Und das würde aber den Notenbanken ermöglichen, die Zinsen zügiger zu senken, als es momentan erwartet wird. Und das würde dann auch bedeuten, dass die Gewinnerwartungen der Unternehmen nach oben genommen werden. Weniger Zinslast, bessere Konjunktur etc. Im negativen Szenario haben 70 Prozent der Marktteilnehmer im Fund Manager Survey momentan nicht recht. Nämlich dann gibt es ein Hard Landing, eine Rezession, das eine oder andere Quartal keine scharfe Rezession, aber durchaus das eine oder andere negative Quartal in Europa und USA. Die Zinsen, und das wäre sicherlich die negative Überraschung, bleiben länger hoch, auch von Seiten der Notenbanken, weil die strukturelle Inflation Oberhand gewinnt, relativ zu den positiven Faktoren. Die Marktteilnehmer sind momentan relativ optimistisch, was das kommende Jahr 2024 ist. Da bin ich dann immer etwas vorsichtiger. Die Zinserhöhungen haben aktuell am Immobilienmarkt noch keine Auswirkungen gehabt. Jetzt lassen wir einige Themen im deutschsprachigen Raum außen vor. Aber weder in den USA oder gesamten Europa gibt es hier dramatisch negative Auswirkungen. Wenn keine weiteren Zinserhöhungen erfolgen, dann sollte das auch so bleiben. Aber wir haben in einem negativen Szenario drei Themen oder mehrere Themen. Das sind die Wahlen, das ist der Ukraine, Krieg, Eskalation im Nahostkonflikt. Wir haben jetzt mit den Jännerwahlen in Taiwan, da geht es schon los, eher China-freundliche oder skeptische Regierung. Also es gibt genügend, dass man findet, es wird nicht das eine Szenario eintreten und auch nicht das andere eins zu eins. Es werden immer wieder verschiedene Themen aus dem einen, aus dem Positiven, in das Negative kommen. Oder umgekehrt, wir denken, dass momentan eine konstruktive Aktienpositionierung rund um die Neutralgewichtung durchaus opportun ist. Auf der Anleihenseite haben wir die letzten Monate ganz gut den Zinsrückgang mitnehmen können. Das beobachten wir sehr, sehr genau und bei Fremdwährungsrisiken halten wir uns bei Spengler traditionell eher etwas zurück. Die nehmen wir auf der Aktienseite, aber nicht auf der Anleihenseite. Ich glaube, so kann man das ganz gut kurz zusammenfassen. Vielleicht auch von mir noch zwei Sätze dazu. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass der Anleihenmarkt nach wie vor attraktiv ist, was die Verzinsung anbelangt. Langfristig gesehen, und das gilt auch für 2024, führt aber aus unserer Sicht an Aktien kein Weg vorbei. Vielleicht, wenn man Aktienpositionen komplett neu aufbauen möchte, sollte man das vielleicht aktuell nicht in einem machen, sondern ja auch eine gewisse zeitliche Streuung einbauen, um einfach dem vorzubeugen, dass der Markt vielleicht etwas zu optimistisch im aktuellen Umfeld ist und das auch gewisse Rückwärtsbewegungen mit sich bringen könnte. Ja, wir sind am Ende unseres heutigen Kapitalmarktausblicks. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren für Sie auch wieder einige interessante Informationen dabei. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken und wünschen Ihnen und uns natürlich auch ein gutes und erfolgreiches Anlagejahr. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank. Vielen Dank.